Kapitel 11 Jana Beater war jetzt fast jeden Tag mit Elmar zusammen. Eigentlich mochte sie ihn nicht besonders. Schon daheim war sie ihm aus dem Weg gegangen, obwohl sie ihn bewundert hatte. Jetzt war er noch schwerer zu ertragen. Er hielt endlose Vorträge und alles sah er nur noch negativ. Wenn ihn jemand reizte, wurde er aggressiv. Aber wenn sie nicht mit Helga und den Friemels zusammen sein wollte, wen hatte sie außer ihm? Meistens trafen sie sich vor dem Schulgebäude, denn er wohnte in der entgegengesetzten Richtung. Fast immer war er schon vor ihr da. Wenn das Wetter schön war, schlenderten sie in den nächsten Park. Wo Hamburg grün war, so meinte Jana Beater, sah es Schlitz ein bisschen ähnlich. »Grün«, sagte Elmar verächtlich, »wo ist denn diese Betonwüste grün?« »Mit wem unterhältst du dich, wenn du daheim bist?«, fragte sie ihn einmal. »Du meinst bei meinen Verwandten?«, fragte er zurück. »Mit niemandem. Mein Vater brütet vor sich hin und meine Verwandten interessieren sich für nichts. Jedenfalls nicht für das, was mir wichtig ist.« Jana Beater nickte. Einmal empfing Elmar sie mit dem Ruf. »Wir werden arm, Jana Beater.« »Wer?«, fragte sie verdutzt. »Du und deine Eltern.« »Ich spreche von uns allen«, sagte er ungehalten. »Grafen Reinfeld macht uns arm. Die vielen Obdachlosen und Arbeitslosen und Kranken, die bringen nichts ein, die kosten nur. Und die Landwirtschaft ist sowieso kaputt. Der Verkehr ist halb gelähmt, die Industrie ist gestört.« »Siehst du denn was von Armut?«, fragte Jana Beater erstaunt. »Ich nicht.« Elmar sah sie entrüstet an. »Wenn du die Augen aufmachst, siehst du's überall.« »Die Verkäufe, die Ausverkäufe.« »Siehst du die vielen Zu-verkaufen-Schilder nicht?« »Und die vielen Anzeigen in den Zeitungen, umstände halber abzugeben?« »Gehst du blind durch die Stadt?« »Und liest du keine Zeitung?« Jana Beater verteidigte sich. »In Hamburg war ihr alles neu.« »In Schlitz wären solche Schilder aufgefallen.« »Und was die Zeitung betraf?« »Die Anzeigenseiten hatte sie noch nie gelesen.« »Solltest du aber«, rief Elmar, »sie inserieren um ihr Leben. Aber sie kriegen ihr Zeug nicht los, egal, ob's eine Fabrik oder ein Pelzmantel ist. Supermärkte, Ladengeschäfte, Wohnhäuser, alles kann man zu Spottpreisen bekommen. Eine Zwangsversteigerung nach der anderen.« Von all dem wusste Jana Beater nichts. Elmar war empört, dass sie sich auch die Nachrichtensendungen im Fernsehen nicht ansah. Jana Beater seufzte. Meistens saßen die Friemels vor dem Fernseher, und denen gingen sie aus dem Weg. »Wer sich nicht informiert, verdrängt«, sagte Elmar. »Würde ich dann so herumlaufen?«, fragte sie zornig. Einmal kam Elmar auf seine Verwandten zu sprechen. »Das Armwerden ist für sie noch nicht das Schlimmste«, sagte er, »obwohl sie's hart ankommt, vom hohen Ross herunterzumüssen.« »Viel schlimmer ist die Angst, die sie jetzt kriegen.« »Angst vor Unruhen, Angst vor dem Pleitegeier, Angst vor den Langzeitfolgen.« »Tante Hedi schläft nicht mehr gut, und Onkel Kurt schreit bloß noch alle an.« »Wir sind zäh, wir Deutschen, und wenn's darauf ankommt, vollbringen wir Wunder.« »Wirtschaftswunder.« »Aber einen Silberstreifen am Horizont müssen wir sehen können.« »Schon damals in Fulda hatten sich die Klassenkameraden zugezwinkert, wenn er so in Fahrt gekommen war.« »Jetzt sprach er noch hektischer, noch besessener.« Janaberta starrte ihn gebannt an. »War er noch ganz bei Trost?« »Vielleicht nicht.« Zwar schimmerte er immer noch etwas auf von seinem alten Musterschülerglanz. Immer noch war er imstande, eine Lage schnell zu übersehen, Probleme zu durchschauen. Aber das, was sie früher so sehr an ihm bewundert hatte, konnte er nicht mehr. Lösung finden. Ihr schien, als ob er daran am meisten litt. »Lösungen«, sagte er, wenn sie danach fragte, »ich sehe keine, weder für mich noch für irgendwen.« Er blieb stehen und sah sie an. »Ich wollte Arzt werden«, sagte er. »Und ich wollte Kinder haben«, sagte Janaberta. Aber Elmas Drang, Vorträge zu halten, ließ nach. Je näher das Ende des Schuljahres kam, desto schweigsamer wurde er. Zwar traf er sich noch mit ihr, aber er trottete stumm neben ihr her. Jetzt sehnte sie sich nach seinen Vorträgen. Sie sah sich die Nachrichten an und las die Anzeigenseiten. Acht Tage vor Ferienbeginn wurde das Mädchen aus Bad Brückenau krank, und sie kam die ganze Woche nicht mehr zum Unterricht. »Ich hab sie besucht«, berichtete der Junge aus Bamberg. »Es geht ihr schlecht.« Auf die Frage der Klassenkameraden, was sie für eine Krankheit habe, sprach er von Lungenentzündung. Janaberta passte ihn auf dem Schulhof ab und fragte, »wirklich?« »Natürlich nicht«, antwortete er. »Es ist Leukämie. Es ginge schon die ganze letzte Zeit so schlecht, aber sie hat's nicht wahrhaben wollen. »Du weißt ja, gestern haben sie sie in eine Spezialklinik geschafft.« Als Janaberta aus der Schule heimkam, öffnete ihr Helga die Tür. »Wir müssen in den nächsten Tagen unbedingt zum Friseur«, sagte sie. »Perücken sind jetzt knapp und dein Geburtstag ist in zwei Wochen.« »Ich zieh keine Perücke auf«, rief Janaberta. »Beruhige dich«, sagte Helga, »du kannst ihnen ja erzählen, dass du eine Perücke trägst.« »Und was haben sie davon?«, fragte Janaberta. »Ach, Kind, du willst einfach nicht verstehen. Es sieht nun einmal, wie soll ich sagen, bedrückend aus, wenn ein junger Mensch keine Haare hat. Ich bitte dich, das lässt sich doch so leicht arrangieren. Nur so lange, bis alle wieder abgereist sind.« Schließlich nickte Janaberta resigniert und ging mit zum Friseur. Aber sie lehnte es ab, sich selber eine Perücke auszusuchen. Helga mußte es für sie tun. Sie entschied sich für eine kurzgelockte Mittelblonde. »Ich war viel heller«, sagte Janaberta. »Aber es gab keine hellere Perücke, die ihr passte.« Helga ließ die Mittelblonde einpacken. »Du wirst sicher reich beschenkt werden«, sagte sie auf dem Nachhauseweg, das Pättchen mit der Perücke unterm Arm. Janaberta zuckte mit den Schultern. Zu Hause schaltete sie das Küchenradio ein und hörte Rockmusik. Bis Onkel Friemel böse wurde. Janaberta freute sich nicht auf den letzten Schultag, und als er da war, dachte sie ratlos an die Ferien. Das Zeugnis, das sie ausgehändigt bekam, enthielt nur eine probeweise Versetzung. »Weil du sehr spät im Schuljahr an diese Schule gekommen bist«, hieß es, »und ohne Zeugnis. Wir kennen deine Leistung noch nicht so genau.« In der Pause verteilte ein Mädchen aus Janabertas Klasse Einladungskärtchen für ihren Geburtstag. Janaberta erhielt keines. »Vergiss es«, sagte der Junge aus Bamberg, der plötzlich neben ihr stand. »Du bist nicht eingeladen, genauso wenig wie ich.« »Nicht wegen ihr, ihre Mutter hat was dagegen.« Janaberta nickte. Sie war keine Zierde für einen Geburtstag. Die anderen hatten es eilig, als sie der Klassenlehrer entließ. Sie nicht. Sie wartete vor Elmas Klasse. Aber als seine Mitschüler den Raum verließen, war er nicht dabei. »Weißt du's noch nicht?« fragte einer. »Er ist nicht versetzt worden. Deshalb brauchte er heute nicht zu kommen.« »Elma?« fragte Janaberta ungläubig. »Hat nix mehr getan und nix mehr gesagt,« bekam sie zur Antwort. »Hat sich einfach hängen lassen.« Janaberta war den Tränen nahe. »Daheim«, sagte sie, »war er der Beste.« »Daheim waren ja alle die Besten«, hörte sie noch irgendjemanden sagen. Dann gingen sie davon. Helga war schon früher heimgekommen. Wortlos legte ihr Janaberta das Zeugnis auf den Schreibtisch. »Ich habe mich über deine Noten schon informiert,« sagte Helga. »Du wirst in den Ferien viel für die Schule tun müssen. Ich werde mich darum kümmern.« »Ich möchte jemanden zu meinem Geburtstag einladen,« sagte Janaberta. Sie nannte Elmas Namen. Zu ihrem Erstaunen hatte Helga nichts dagegen. »Er hat auch keine Haare,« sagte sie. »Helga sah Janaberta scharf an.« »Ich mag ihn!«, schrie Janaberta und lief in ihr Zimmer. Das Abendessen verlief schweigsam. Janaberta wunderte sich. Tante Friemel aß nur ein paar Bissen. »Du musst doch nicht gleich in Panik geraten, nur weil dir ein paar Haare ausgehen,« sagte Onkel Friemel halblaut und tätschelte ihre Hand. »Ach, was weißt du!«, rief sie, stand auf und verschwand in ihr Zimmer, noch bevor die anderen fertig gegessen hatten. Das tat sie sonst nie. Im Gegenteil, bei Janaberta fand sie's ungehörig. Onkel Friemel blieb hüstelnd sitzen. Nach dem Essen schaltete er den Fernseher ein. »Expertengespräche,« knurrte er, »jeden Tag Expertengespräche!« Er schaltete wieder aus, wünschte eine gute Nacht und zog sich ebenfalls zurück. Helga setzte sich, nachdem sie das schmutzige Geschirr in den Geschirrspüler gestapelt hatte, in ihrem Arbeitszimmer an den Schreibtisch. Janaberta blieb allein im Wohnzimmer. Das war neu, die Stimmen der Friemels klangen sehr leise und sehr fern, und bald verstummten sie ganz. Ein paar Mücken summten um die Lampe. Janaberta schaltete den Fernseher ein. Noch immer das Expertengespräch. Natürlich über die Katastrophe. Gerade sprach der neue Innenminister. Sie erwischte ihn mitten in einem Satz. »Sieh uns doch nicht die Alleinschuld geben,« rief er. Rief er einem anderen in der Gesprächsrunde zu, den Janaberta nicht kannte. »Ich gebe Ihnen recht, dass wir in letzter Konsequenz verantwortlich sind dafür, dass nach Chernobyl nicht alle Reaktoren abgeschaltet wurden. Aber bitte, wie ist es denn zu der Entscheidung gekommen, nicht abzuschalten? Es ist dazu gekommen, an einem langen, demokratischen Entscheidungsprozess. Und an diesem Prozess waren alle beteiligt. Wissenschaftler, Politiker und nicht zuletzt doch auch der Bürger, der die Politiker gewählt hat. Und welcher Politiker hätte denn aus seinem Standpunkt in der Frage der Kernenergie einen Hehl gemacht? »Nein, wenn Sie glauben, Sie hätten mit den Politikern die Alleinschuldigen ausgemacht, machen Sie es sich zu leicht. Wir alle sind schuld an dem, was geschehen ist, und wir alle müssen...« Janaberta kamen die steinernen Figuren auf dem Regal im Herleshausener Nothospital in den Sinn. Sie waren kühl und griffig gewesen. »Aber wir haben doch immer auf das Restrisiko hingewiesen!« rief der Vertreter der Kraftwerksbetreiber. »Das können Sie doch nicht bestreiten!« Einer wie der andere. Keiner wollte schuld sein. Sie schaltete den Fernseher aus und ging zu Bett. In der Nacht schlief sie wenig. Sie sah die Ferien vor sich liegen, in den Zeiten vor Grafenreinfeld die schönsten Wochen des Jahres. Jetzt würden sie zu einem Meer von Einsamkeit, Langeweile und Traurigkeit werden. Sie fürchtete diesen schrecklichen Geburtstag mit einer endlosen Kette von Beileidsbezeugungen, mit sinnlosen Geschenken und einer Fülle von Vorurteilen. Sie sah sich in dunklen Kleidern neben Elmer stehen und spürte sich angesteckt von seiner Hoffnungslosigkeit. Sie sah Helga und die Friemels vertausendfacht bis hin zum Horizont. Am nächsten Morgen kehrte sie zurück in die leere Schule. Es roch nach ungelüfteten Jacken und nassen Tafellappen. Putzfrauen schrubbten die Gänge. Musik aus einem Kofferradio heilte durchs Treppenhaus. Im Sekretariat klapperte eine Schreibmaschine. Jana Berta öffnete die Tür und bat die erstaunte Sekretärin um Elmers Adresse. Sie erhielt sie auf einem Zettel. »Du hast die Ferien aber auch nötig, was?« sagte die Sekretärin nach einem prüfenden Blick auf Jana Beatas Gesicht. »Du bist ja fast durchsichtig.« »Drüben in Barmbeck also.« Jana Berta ging zu Fuß. Sie hatte viel Zeit. Auf einer Brücke blieb sie lange stehen, stürzte die Ellbogen aufs Geländer und den Kopf in die Hände und schaute ins Wasser hinunter. Es war ölig. Regenbogen schlieren, schimmerten. Elmer wohnte in einem mehrstöckigen Mietshaus. Als Jana Berta es betrat, fragte sie eine Frau, die ihren Briefkasten lehrte, nach Elmers Familie. »Die lassen sich nicht kondolieren,« sagte die Frau. »Da brauchst du dich nicht zu bemühen. Es macht niemand auf.« »Kondolieren?« fragte Jana Berta. »Ist Elmers Mutter gestorben?« »Die Mutter nicht,« sagte die Frau, der Junge. »Ja, weißt du denn gar nicht?« »Aber er war doch vorgestern noch,« stammelte Jana Berta und schluckte. »Hat Schluss gemacht,« sagte die Frau, »ohne jemand was davon zu sagen. Gestern Vormittag hat ihn der Vater gefunden, lag ganz friedlich im Bett. »Tabletten?« »Wer weiß, wo er die her hatte?« »Sie haben ihn gleich fortgeschafft, aber da war nichts mehr zu machen.« »Die Kripo war auch hier.« »Hätten die sich sparen können?« »Der Junge hat das ganz alleine erledigt.« »Nicht mal ein paar Zeilen hat er zurückgelassen.« »Armer Kerl!« »Hat keine Lust mehr gehabt.« »Er hat's wohl nicht ertragen.« Mit einem Blick auf Jana Berthas Kopf verstummte sie. »Du kannst ja mal klingeln,« sagte sie schließlich, »aber es waren schon ein paar Leute da, und keinen haben sie reingelassen.« Jana Bertha dankte, grüßte und ging. Sie stand wieder lange auf der Brücke, saß dann stundenlang in den Anlagen am Alsterufer und kam erst abends heim. So spät, dass sie niemandem zu begegnen brauchte, weder Helga noch den Friemels. In der Nacht fasste sie einen Entschluss. Gegenmorgen packte sie ein bisschen Unterwäsche, ein Ersatzpaar Schuhe und die Geldbörse mit ihrem Taschengeld in einen Plastikbeutel. Das Päckchen mit der Perücke, das noch immer auf dem Sessel lag, dort, wo Helga es nach dem Einkauf abgelegt hatte, rührte sie nicht an. Aus dem Küchenschrank nahm sie sich noch eine Packung Kekse, dann schlich sie sich aus der Wohnung. Sie wanderte südwärts durch die Stadt. In einem Second-Hand-Shop kaufte sie sich ein leuchtend rotes T-Shirt und eine weiße Hose. Sie ließ die neu erworbenen Sachen gleich an. Mit einem Rest von 7,50 Mark trabte sie davon. Den ganzen sommerblauen Morgen lief sie aus der Stadt hinaus, bis sie an einer Tankstelle jemand fand, der sie mitnahm. In fünf Etappen erreichte sie Wiesbaden. Bis auf eine alte Frau waren alle, mit denen sie fuhr, Eberkuscher. Es dämmerte schon, als sie in Wiesbaden ankam. Sie hatte keinen Pfennig Geld mehr bei sich. Unterwegs hatte sie sich eine Tüte Pommesfritz, eine Bockwurst und etwas zu trinken gekauft. Sie vermutete, dass nur die Coca-Cola sauber gewesen war. Aber sie hatte nicht mehr Geld bei sich gehabt und war so hungrig gewesen. Sie war ja sowieso schon verseucht und verloren. Jetzt war sie müde. Langsam schleppte sie sich den steilen Bierstatter Berg hinauf und fragte sich durch bis zum Warteturm. Da sie im Dunkeln die Hausnummern nicht entziffern konnte, blieb ihr nichts anderes übrig, als an einer Tür zu schellen. Schritte schlurften heran. Jana Bertha versuchte sich zu erinnern, wo sie eine ähnliche Szene schon einmal erlebt hatte. Eine alte Dame im Hausmantel öffnete. Misstrauisch starrte sie Jana Bertha an, die sich für die späte Störung entschuldigte und nach der Hausnummer fragte. Als Jana Bertha bestätigt bekam, dass es die Nummer war, die sie suchte und sich nach dem Eingang zur Wohnung von Almut und Reinhard Sommerfeld erkundigte, sagte die alte Dame ungehalten, »Es ist Viertel nach zehn! Ein bisschen spät für Besuche!« »Ich komme aus Hamburg,« sagte Jana Bertha. »Wohnne Gepäck,« fragte die alte, »nur mit einem Plastikbeutel? Das glaube dir, wer will!« »Almut Sommerfeld ist meine Tante,« sagte Jana Bertha, »sie erwartet mich!« »Mach dir keine Hoffnung, hier wohnen zu können,« sagte die alte, »die Wohnung ist schon für drei zu klein! Hier kommt mir keiner mehr rein! Keiner!« Damit schlug sie die Tür zu. Jana Bertha tappte die Stufen hinunter und schlich ums Haus. Aus einem halb geöffneten Kellerfenster schimmerte Licht. Sie bückte sich und klopfte. Reinhard erschien, heuchte und näherte sich dem Fenster. »Ich bin's, Jana Bertha!« flüsterte sie. »Mädchen!« rief Reinhard und öffnete das Fenster. »Komm rein!« Sie fand, dass sie jetzt keine Zeit hatte, nach der Kellertür zu suchen. Sie setzte sich in den Kies und schwang die Beine über die Fensterbank. Reinhard fing sie auf. »Willkommen, Jana Bertha!« sagte er.